Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 46 und es ist der erste Advent. Naja, ich habe leider kein Adventspezial heute vorbereitet, ich dachte mir, wir machen vielleicht mal genau das Gegenteil von dem, was die ganze Industrie und all diese Branchen, die vielleicht auch im Bergsport etabliert sind, so jetzt in den letzten Tagen gemacht haben, nämlich Ramsch verkaufen und viel Sale, Sale, Sale schreien und wir besinnen uns heute vielleicht mal ein wenig und sprechen über, naja, sagen wir jetzt mal ganz plump, die wichtigen Dinge im Leben, vielleicht die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen, ganz abseits von Konsum und Co. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue und versuche mich irgendwie nicht darüber aufzuregen, dass Black Friday ein großer Kundenbeschiss ist und so weiter, ja, dann sehe ich sehr viel Schnee. Es schneit seit einigen Tagen und es schneit nicht zu knapp und das eigentlich in vielen Lagen in Tirol, aber auch in Osttirol und eigentlich sehr weit verbreitet in Österreich. Das heißt, der Winter ist jetzt da und eines ist ganz gewiss, gerade in den oberen Lagen, da bleibt er definitiv auch. Der schneearme Winter, ich glaube, das können wir uns jetzt schon mal abschminken, denn dann müsste es jetzt punktgenau aufhören zu schneien und jetzt müsste wieder die Sonne rauskommen, aber das passiert eben nicht. Ich finde es nicht schlimm, andere Leute finden es dann doch eher nicht so cool, weil sie dann doch lieber, naja, wandern gehen würden, aber ich glaube, dass wir das dieses Jahr hinbekommen, dass wir gerade jetzt in den nächsten Wochen uns alle gemeinsam so gut, vor allen Dingen in Sachen Information, darauf vorbereiten können, dass wir alle gemeinsam sicher in den Bergen auch im Winter unterwegs sind. Dabei ist es übrigens vollkommen egal, ob man mit den Schneeschuhen unterwegs sein möchte, mit den Tourenschien, mit den Splitboards oder vielleicht auch einfach zu Fuß und sich den Weg durch den Schnee irgendwie freibahnen möchte. Es gibt ganz viele wunderschöne Spielarten des Alpinismus, die auch im Winter sehr gut funktionieren und man sollte sich davor nicht unbedingt erschrecken, neue Dinge auszuprobieren, vielleicht mal irgendwas Neues zu wagen, auch wenn man natürlich immer bedenken sollte, dass der Winter mit anderen Gefahren aufwartet und deshalb sollte man vielleicht auch überlegen, ob man wirklich entsprechend vorbereitet ist, ob man an alles denkt und so weiter. Naja, jedenfalls ist es so, dass wir, wenn wir heute aus dem Fenster schauen, dann sehen wir, es ist spürbar kälter geworden als noch vor ein, zwei Wochen. Es liegt spürbar mehr Schnee und die Einstellung, mit der wir jetzt in die Berge gehen, die sollte sich dementsprechend anpassen. Natürlich sollte sich auch die Ausrüstung dran anpassen und ich gehe mal davon aus, dass ganz viele von euch vielleicht am Freitag oder auch am Wochenende den ein oder anderen Schnapper im Online-Shop gemacht haben. Denn hier ist ja ein besinnlicher Advent-Lockdown in Tirol und ohne das jetzt gut oder schlecht zu finden, es zwingt einen in gewisser Weise so ein bisschen dazu, vielleicht nicht unbedingt zu Hause zu bleiben, aber irgendetwas zu tun, was kein Geld kostet und was einen nicht unbedingt irgendwie in Zwänge reinpresst. Viele von euch oder von uns müssen natürlich auch arbeiten und das ist dann vielleicht immer ein bisschen schwieriger als für all jene, die vom Lockdown mehr oder weniger betroffen sind und jetzt vielleicht auch zu Hause sitzen an dem Sonntag. An dieser Stelle natürlich auch viele Grüße und ein großes Dankeschön an alle Menschen, die an einem Sonntag arbeiten und dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft so wie sie ist, funktioniert, denn manche Systeme haben auch einfach sonntags keinen Feiertag. So ist das eben. Und ich finde es schön, wenn es Menschen gibt, die auch diese Berufe ausüben, die auch in einem Krankenhaus arbeiten, gerade in so schweren Zeiten und die vielleicht auch einfach in Diensten und in Dienste der Bestattung unterwegs sind oder der Schneeräumung oder, oder, oder. Es gibt hunderte Berufe, die sonntags eben auch aufstehen müssen. Und ich finde das gut und schön, dass es diese Menschen gibt und ich finde das großartig und an dieser Stelle deshalb ein besinnliches Dankeschön an dieser Stelle zum ersten Advent. Ja, die Adventszeit, das ist irgendwie etwas Komisches, denn im Bergsport, da ist es schon so, dass wir eigentlich immer in Adventsstimmung sind. Oder Advent, das bedeutet für viele Menschen doch einfach dieses Entspanntsein, dieses Besinnlichsein, dieses Zurückziehen, vielleicht auch in die eigenen vier Wände, die eigenen vier Wände etwas gestalten und ausbauen und irgendwie in eine Weihnachtsstimmung zu verfallen. Ja, in diesen Zeiten, da ist es doch eher schwierig geworden, sich so besinnlich zu verhalten und das gemütliche Gefühl wieder aufleben zu lassen, das man vielleicht in den Jahren zuvor zu Weihnachten hatte. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einfach nicht so leicht ist aufgrund der vielen Umstände. Aber gerade wir Bergsportler, wir sind da ja sehr privilegiert. Immer wenn wir in die Berge gehen, ist Adventzeit. Denn wir haben immer dieses Adventfeeling, auch im Juli und August, denn es ist eigentlich immer gemütlich, es ist besinnlich, es ist sehr entschleunigend und all das ist ja eigentlich dieser Witz hinter dieser Adventzeit und deswegen sind wir ja da richtig verwöhnt, dass wir das so haben können. Naja, aber in Wirklichkeit ist es dann doch irgendwie doch anders. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Innsbruck, in der Nähe von Innsbruck, ins Axamer Lithium schauen und da gibt es das Hordel. Ja, das Hordel, das ist ein ganz, ganz besonderer Berg für die Einheimischen, aber auch für die Leute von etwas weiter weg, denn die gehen hier jetzt alle ihre ersten Skitouren. Das Axamer Lithium ist ganz besonders, denn es liegt sehr früh schon im Jahr Schnee, es ist hoch gelegen, man kommt sehr weit mit dem Auto nach oben und dann kann man auch nochmal 800 Höhenmeter bis zum Hordel eben zurücklegen und das auf Skiern. Man kann natürlich auch wandern im Sommer, da gibt es viele schöne Wanderungen, auch schöne Klettertouren, sehr alpine Klettertouren. Das Axamer Lithium ist etwas Besonderes und bietet für jeden etwas, aber gerade zum Anfang der Skitourensaison, da ist das Hordel nochmal etwas Besonderes, denn auch aus einer vielleicht schon gesellschaftlichen, aber auch philosophischen Perspektive, muss man eigentlich zum Hordel und zum Axamer Lithium fahren, aber nicht drauf gehen, sondern einfach nur einmal beobachten. Ja, das Hordel ist schon irgendwie deshalb etwas Besonderes, weil es wahrscheinlich niemals sein kann, dass nach dem ersten Schneefall an einem Wochenende bei einem halbwegs passablem Wetter nicht mindestens 1000 Leute gleichzeitig den Aufstieg probieren. Ich wünschte mir ja, dass ich übertreiben würde, ich wünschte mir ja, dass es nicht 1000 Leute wären, aber naja, es ist halt so. Also es sind halt wirklich 1000 Leute. Auf diesen Parkplatz passen schon sehr, sehr viele Menschen und auch das Axamer Lithium freut sich natürlich darüber, denn selbst wenn die Bahn aktuell noch nicht fährt, ja, man kann hier dann doch ganz gut parken und deshalb wird ja auch dann die Straße dementsprechend gewartet und damit nimmt man dann natürlich auch wieder ein bisschen Geld ein. Aber warum spreche ich denn das Axamer Lithium und das Hordel an? Naja, es ist dadurch, dass 1000 Leute pro Tag da hochsteigen mit ihren Skiern und das teilweise wirklich im Gänsemarsch und das teilweise sogar wirklich bei allen Bedingungen, die es nur gibt. Naja, das ist schon etwas Besonderes, denn naja, es deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich gerade über die Adventszeit erzählt habe. Es deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich gerade über die Bergsteiger, die das ganze Jahr Adventszeit haben, so berichtet habe. Es ist irgendwie ganz anders, als man das jetzt sich vielleicht vorstellt. Der Beginn der Skitourenzeit ist natürlich etwas Besonderes für die Menschen. Sie wollen alle los, sie wollen alle raus und ich sag's ganz ehrlich, ich bin dem nicht abgeneigt, wenn ich jetzt so das ein oder andere Zeitfenster übrig hätte. Ich wäre wahrscheinlich auch schon unterwegs, wenn meine Skier nicht gerade im Lockdown beim Service eingesperrt worden wären. Aber ich bin auch überhaupt nicht neidisch, ich gönne es jedem. Und ganz ehrlich, wenn ich die Bilder vom Axamalitium sehe, dann habe ich überhaupt kein Interesse daran, da hochzustapfen. Und auch im Kütai gibt es Bilder, wo ich mir denke, naja, da bleibe ich dann doch lieber zu Hause und mache vielleicht ein Homeworkout, weil das ist der einzige Ort, der zwar irgendwie vielleicht auch nichts mit den Bergen zu tun hat, aber an dem ich zumindest noch halbwegs allein und für mich bin. Wenn man das Gefühl hat, Einsamkeit zu suchen, dann verbinden viele Menschen mit diesem Bedürfnis die Berge. Und irgendwie ist es doch absurd, dass wenn wir in die Berge schauen, naja, dann sehen wir heute eigentlich nur noch Müll und Menschen. Also nicht, dass ich das eine mit dem anderen gleichsetzen will, um Gottes Willen, aber es geht schon irgendwie in die Richtung, dass man, wenn man die Einsamkeit sucht, in den Bergen nicht mehr wirklich zu Hause ist. Ja, gerade die Skitouren, die boomen in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit Corona in den letzten zwei Jahren, da ist der Skitourenmarkt explodiert. Man sieht das alleine an der Platzierung von den einzelnen Firmen, denn sie positionieren sich sehr deutlich, sehr klar als Skitourenmarke, als jemand, der die Menschen in den Skisport bringen möchte, nicht der die High-End-Performer sozusagen weiter bedienen will, sondern vor allen Dingen setzen viele Marken und Firmen auf Einsteigerprodukte, auf Allrounder, auf nicht zu spezialisierte Ski, auf nicht zu spezialisierte Bindungen und auf nicht zu spezialisierte Schuhe. Allround ist das Motto dieser Tage. Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Menschen einfach gerade erst damit anfangen. Ich möchte es Ihnen ja überhaupt nicht schlechtreden und ich bin der Meinung, dass die Skitouren ein wunderschöner Sport sind und wahrscheinlich eine der besten Alternativen zu den Sommerwanderungen, wenn eben die Sommerwanderungen aufgrund der Schneelage nicht mehr funktionieren. Gut, wir müssen uns natürlich freuen, dass wir überhaupt noch Schnee haben. Ich meine, die klimatischen Veränderungen in den letzten Jahren haben die Schneelage natürlich nicht mehr zu einem Selbstverständnis gemacht und das sollten wir deshalb auch nochmal bedenken. Wenn wir beispielsweise nach Norditalien schauen oder nach Mittelitalien, da sehen wir oftmals gibt es ein ganzes Jahr lang gar keinen Schnee mehr. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden will, das hängt wahrscheinlich dann auch als Bergsportler davon ab, ob man lieber wandern geht oder lieber Skifahren geht. Im Winter finden nicht alle Menschen was zu tun und gerade die Menschen aus dem Norden, gerade die Menschen aus dem Flachland, wo der Schnee sowieso sehr selten da ist und vielleicht auch nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten dafür da sind, sich mit dem Schnee auch wirklich sinnvoll in den Bergen zu beschäftigen, ohne gleich sich selbst in Lebensgefahr zu begeben. Ja, für diese Menschen ist der Winter meist eine eher triste Zeit und das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Ich selber komme aus dem Flachland und der Winter war für mich immer die Pausezeit. Im Winter konnte ich nichts machen. Ich konnte damals, als ich noch im Flachland gelebt habe, nicht vernünftig Skifahren. Ich konnte nicht so gut Skifahren, dass ich Skitouren hätte bewältigen können. Ich konnte nicht wirklich mit Schneeschuhen gehen. Ja gut, ich habe es mir dann selber gelernt und ich war dann mit Schneeschuhen unterwegs, aber das war nicht so angenehm. Irgendwie war es immer kalt. Irgendwie hat man sich am Tag danach immer schwächer gefühlt als im Sommer. Mir fehlte es auch immer irgendwie an Motivation, dann rauszugehen. Am Anfang ist es kalt, dann ist es wieder heiß, dann beim Abstieg ist es wieder kalt, im Auto ist man komplett durchgefroren und man denkt sich irgendwie, im Sommer ist man auch da oben und irgendwie geht alles leichter. Der Winter birgt viele Herausforderungen. Ja, er birgt auch viele Gefahren und er birgt aber auch wirklich viele schöne Eindrücke, die wir so wahrscheinlich nicht erhalten würden. Der Winter gibt uns vor allen Dingen noch einen Einblick darin, wie die Berge eigentlich vor vielen Jahren und damit meine ich eher vor Jahrtausenden ausgesehen haben. Wenn wir im Sommer über die Berggipfel hinüber blicken und auf einem Gipfel stehen und einen anderen sehen, dann sehen wir nur das Bild der Gegenwart. Wir sehen nicht das Bild der Vergangenheit. Wenn wir im Winter in den Bergen sind, dann können wir in die Geschichte blicken. Denn wir wissen, wie im Sommer vor wenigen tausend Jahren die Berggipfel ausgesehen haben. Denn da gab es keine Städte unten im Tal, da gab es keine Klimaerwärmung, also natürlich gab es Klimaerwärmung, aber nicht in dem Stil wie heute. Wir hatten weiße Gipfel das ganze Jahr über. Und das ist noch gar nicht mal so lange her, da war es ja üblich, dass es auch im August in den höheren Lagen einfach sehr viel Schnee hatte und auch gerne mal geschneit hat. Diese Zeiten sind vorbei und deshalb sollten wir vielleicht den Winter auch als eine Gelegenheit nutzen, in die Vergangenheit zu blicken. Eine Chance, die wir sonst eigentlich nicht kriegen. Wir kennen Bilder, wir kennen Zeichnungen und wir kennen Diagramme aus der Meteorologie und aus der Geografie und vielleicht auch aus der Geschichte, dass wir ungefähr zusammenbasteln können, wie früher die Atmosphäre, wie früher das Leben insgesamt funktioniert hat. All das können wir uns irgendwie zusammenreimen. Aber wenn wir auf den Berggipfeln im Winter stehen und uns umsehen, dann sehen wir, wie die Welt tatsächlich vor ein paar tausend Jahren das ganze Jahr über ausgesehen hat. Es ist ein Eindruck, den man vielleicht nicht direkt wahrnimmt. Man sollte sich viel bewusster damit auseinandersetzen, dass der Winter erstens mal eine Erscheinung ist, die in den zukünftigen Jahren und Jahrzehnten immer weniger wird und auf der anderen Seite man sich auch bewusst wird, dass es irgendwie doch dieser Ausblick in die Vergangenheit ist. Aber kennen wir doch zurück in die Gegenwart. Schauen wir uns doch an, was die Schönheit des Winters ausmacht. Eigentlich ist die Schönheit des Winters doch gerade das, dass wir keine Selbstverständlichkeiten mehr haben. Wenn wir im Sommer vor die Tür gehen, dann ist es selbstverständlich, dass es relativ warm ist. Vielleicht braucht man mal eine Regenjacke oder so oder eine dünne Vliesweste, wenn wir in die Berge gehen. Natürlich haben wir zur Sicherheit unsere Notfallausrüstung mit, aber in der Regel bei stabilem Wetter sollte uns nichts passieren. Und der Tag geht einfach so dahin. Das ist ganz selbstverständlich. Wir kommen oben am Gipfel an, wir steigen wieder ab, wir genießen den gesamten Tag, wir können oben am Gipfel eine Pause machen, wir können viel speisen und trinken und Spaß haben und all das eigentlich in einer wohligen Wärme. Der Mensch fühlt sich im Sommer sicher und überhaupt nicht exponiert gegenüber der Natur und das ist gut so. Im Winter, da sehen wir aber gerade in den kälteren Tagen, an den Tagen, an denen es viel Schneefall gibt, dass wir sehr verletzlich sind, dass wir als Menschen eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Erscheinung, eine Randerscheinung in der Natur sind und wir uns daran anpassen müssen. Wir können natürlich die Gegebenheiten anpassen, wir können uns besser kleiden, wir können Häuser und Dächer bauen, so wie das der Mensch in den letzten tausenden Jahren immer besser gemacht hat und immer mehr professionalisiert hat. Wir können auch den Schnee kontrollieren, wir sehen das an Pistenraupen, wir sehen das an Schneekanonen, wir sehen das an Skiliften, wir können sehr, sehr viel steuern. Aber gerade wenn wir uns in die wilde Natur begeben, dann sehen wir, wie machtlos wir eigentlich hier ausgeliefert sind. Ob eine Lawine abgeht oder nicht, das können wir nicht beeinflussen. Wir können es beobachten, wir können es einschätzen, aber in der Hand haben wir es eigentlich nicht. Nur in manchen Orten, zum Beispiel hier nördlich von Innsbruck, ja, da gibt es tatsächlich auch schon die Möglichkeit, eine Lawine wegzusprengen. Ja, Sicherheit geht vor und das wissen auch die Menschen, die Lawinenspringungen vornehmen und genau darum geht es ja im Prinzip auch nur. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie weit wir Menschen eigentlich versuchen, uns die Sicherheit dann doch technisch irgendwie herzuleiten. Wir Menschen sind schon komisch. Wir haben eine Gesellschaft gebildet, in der wir immer in Sicherheit sind. Egal, was wir tun, wir können uns immer auf irgendetwas oder irgendjemanden verlassen. Wir können uns verlassen, dass wenn wir uns heute wehtun, dass wir im Krankenhaus behandelt werden. Wir können uns darauf verlassen, dass wenn wir einen Autounfall haben, dass ein Polizist kommt und für uns den Sachverhalt klärt. Wir können uns darauf verlassen, dass wenn es nach diesem Unfall einen Streitfall gibt, ein Richter unabhängig darüber entscheiden wird, wer Recht und wer Unrecht hat. Wir können uns auf sehr viele Institutionen verlassen, wir können uns auf sehr viele Behörden verlassen, wir können uns auf Arbeitgeber, auf Arbeitnehmer, auf Kunden, auf Firmen verlassen. Wir können uns auf sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft heute verlassen. Wir versuchen dieses, sich auf etwas verlassen, natürlich auch gerne abzugeben. Denn wir sind manchmal selbst nicht in der Lage, diese ganzen Mechanismen der Natur selbst gut einschätzen zu können. Da gibt es Menschen, die studieren das, die beschäftigen sich länger damit. Wenn ich heute ein Haus bauen würde, es würde wahrscheinlich in einer Woche wieder zusammenfallen. Denn dafür bin ich einfach nicht ausgebildet. Ganz anders ist das bei den Architekten und Bauingenieuren. Die wissen ganz genau, was sie tun. Deshalb bauen sie mein Haus. Aber so ist es in der Natur eben nicht. Wir alle sind der Natur gleichermaßen ausgeliefert. Es ist vollkommen egal, wer wir sind, ob wir Richter, Bauingenieur, Polizist oder einfach nur ein Bergsportler sind. Wir alle sind der Natur gleichermaßen ausgeliefert, wenn wir an Ort und Stelle stehen. Lediglich unser Wissen, unsere Information und vielleicht auch unsere Erfahrung können uns dabei helfen, die Situationen besser und schlechter einzuschätzen, Gefahren besser oder schlechter zu erkennen und Risiken abwägen zu können. All das ist vollkommen unabhängig von unserem gesellschaftlichen Status. Es hängt lediglich davon ab, wie viel Erfahrung wir haben und wie gern wir uns letztlich weiterbilden wollen. Das Schöne daran, und das ist auch der Grund, warum ich das erzähle oder nochmal klarstellen möchte, denn ich bin mir sicher, die meisten von euch wissen das ja unterbewusst, ist vor allen Dingen, dass wir alle gleich sind in der Natur. Und das ist etwas Schönes, denn wir sind im Alltag immer sehr kontrolliert von Abhängigkeiten, weil immer wenn wir uns auf jemanden verlassen, dann sind wir auch gleichzeitig abhängig. Man könnte dieses ganze ich verlasse mich auf den, ich verlasse mich auf das auch sehr gut durch ich bin davon abhängig, ich bin hiervon abhängig ersetzen. Und wenn wir in der Natur sind, sind wir von nichts abhängig, außer von der Natur selbst. Und nachdem wir sie nicht vernünftig manipulieren können, müssen wir uns eben anpassen. Und das macht es zu etwas Besonderem. Das Besondere ist etwas, was wir schätzen müssen, denn es wird in den letzten Jahren und Jahrzehnten spürbar weniger. Die Selbstverständlichkeiten werden mehr und dadurch werden sie nicht mehr zu etwas Besonderem. Das ist ganz logisch. Aber gleichzeitig ist es dann schön, wenn man im Winter in der Natur steht, vielleicht auf einem Berg und sieht, wie ausgeliefert man eigentlich ist. Es ist ein Gefühl, das wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen. Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, warum sollte ich mich der Wildnis und der Natur aussetzen. Aber ich persönlich kann sagen, ich mache das deshalb, weil ich nicht weiß, wie es sich anfühlt. Es gibt Zeiten, in denen ich einfach vergessen habe, wie es sich anfühlt, hilflos etwas ausgeliefert zu sein und jetzt nur noch vom Glück oder vielleicht auch einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen abhängig zu sein. Das ist ein Gefühl, das wir Menschen einfach nicht mehr kennen. Und gerade wenn man das schon mal erlebt hat, ja, dann vergisst man es auch über die Zeit wieder. Es ist nicht schlimm, zu sagen oder zu glauben, dass man das niemals wieder spüren möchte oder will. Aber ich persönlich bin ein neugieriger Mensch. Ich kenne dieses Gefühl und ich weiß es zu schätzen, denn im restlichen Alltag kenne ich es eben nicht. Ich denke da gerne an einen großen Traum von mir. Ich denke daran, dass ich eines Tages gerne mal den Nanga Parbat besteigen würde, und zwar im Alpin-Stil. In meiner Vorstellung, da ist dieser Berg so unfassbar unberührt, da ist dieser Berg so unfassbar schwierig und so einsam und trotzdem auch so gefährlich. Vielleicht hängt das alles irgendwie miteinander zusammen, wahrscheinlich sogar. Aber gerade diese Vorstellung, die macht ihn für mich auch so interessant. Denn es ist etwas, ganz was Natürliches. Es ist etwas, dem ich mich ausliefern muss, um es irgendwie zu bewältigen. Ich besiege hier nichts, denn der Berg, ja der steht nach meiner Ankunft und nach meiner Besteigung immer noch genau da, wo er steht und die Bedingungen werden sich genauso wie immer je von Tag zu Tag eben ändern. Das heißt, ich besiege keinen Berg, ich erobere ihn auch nicht, sondern ich besuche ihn lediglich und ich bin voll und ganz darauf angewiesen, was der Berg und die Umstände, was die Atmosphäre in dieser Zeit dazu zu sagen hat. Ich glaube nicht daran, dass irgendjemand oder irgendetwas diese Vorgänge beeinflussen kann. Es geht hier nur um Glück oder Pech. Aber das Glück und das Pech, das ist etwas, das wir Menschen nicht mehr kennen. Es ist so wie mit diesen Selbstverständlichkeiten. Wenn wir uns dem Glück und dem Pech ausliefern oder aussetzen, dann bekommen wir vom, naja, ich sage es mal jetzt unter Anführungszeichen, dem Schicksal ein sehr direktes Feedback, was das Leben und die Natur uns zu sagen hat. Natürlich können wir das alles auf die Spitze treiben. Ich könnte auch in Flipflops auf den Nanga Parbat durch die Rupal-Wand Free Solo steigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Glück habe, die sinkt natürlich mit dieser entsprechenden Vorbereitung. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus. Ich möchte lediglich darauf hinaus, dass wir Menschen es manchmal nicht mehr so gut können, uns einfach mal einer Gefahr auszusetzen. Nicht willkürlich und auch nicht wirklich so fahrlässig, sondern einfach nur zu wissen, was vor einem liegt und dann versuchen es zu bewältigen. Ich habe in einer Podcast-Episode und das ist jetzt vielleicht nicht die schönste und besinnlichste Thematik, aber schon mal über den Tod gesprochen und der Tod ist irgendwie Teil des Lebens und gerade für mich ist er immer schon Teil des Lebens gewesen und für mich ist eine Selbstverständlichkeit, dass er eines Tages kommen wird, um mich abzuholen. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass festgeschrieben ist, wann ich zu gehen habe, aber ich möchte auf jeden Fall innerhalb dieser Zeitspanne, die ich hier auf der Erde habe, jedes Gefühl irgendwie, vor allen Dingen jene, die mir gut tun und die mir gefallen und die ich interessant fand, so oft wie möglich spüren. Und wenn das zutrifft, dass dieses, naja, dieser Wildnis und dieser Ausgesetztheit gegenüber der Natur eines dieser erstrebenswerten Ziele und Gefühle ist, dann ist es letztlich der Weg, den ich gehen möchte und sagen will, okay, wenn ich eine Skitour auf den Denali gehen will, dann ist das wahrscheinlich eine der wildesten und ausgesetztesten Touren im Winter, die man abseits des Himalajas überhaupt machen kann. Und gerade das macht es aber so reizvoll und gerade das macht es so spannend. Und ich glaube, dass jeder Mensch von uns, jeder hier, jeder Zuhörer irgendwie so einen Gedanken in sich hegt, mal etwas, nicht etwas Gefährliches zu tun, aber etwas zu tun, wo der Ausgang ungewiss ist. Etwas zu tun, wo wir Menschen selbst dafür verantwortlich sind, es zu kontrollieren, zumindest in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Vielleicht auch etwas zu tun, wo wir eben nicht dieses Selbstverständnis immer haben, dass alles glatt laufen wird, dass sich schon irgendjemand drum kümmern wird, sondern vor allen Dingen die Aufgabe, dass wir einfach selbst die Dinge in die Hand nehmen müssen, um vielleicht überhaupt überleben zu können. Es geht nicht mehr um eine Mahnung, es geht nicht mehr um eine Rechnung, es geht nicht mehr um einen Termin, es geht ums Leben. Und da plötzlich wird es plötzlich, wird alles einfach auch so unwichtig. Alles abseits dessen wird so unwichtig. Und ich sage nicht, dass man nur, weil Adventzeit ist, sich jetzt lebensgefährlichen Situationen aussetzen sollte. Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist einfach nur ein Denkanstoß, dass man vielleicht mal die Selbstverständlichkeiten ablegen sollte und die Abhängigkeiten ablegen sollte, sich in die freie Natur begeben sollte und erkennen sollte, wie unfassbar hilflos wir Menschen der Natur eigentlich ausgeliefert sein können. Dafür braucht es übrigens auch nicht viel. Dafür reicht es schon, wenn man sich lediglich in die Natur stellt und merkt, wie es spürbar kälter wird. Nicht im Sinne dessen, dass man eben mit den Flipflops in die Berge geht, sondern einfach nur merkt, dass wenn man sich jetzt nicht bewegen würde, dass es einfach kälter werden würde und unangenehm wird. All das zeigt einem schon, dass man irgendwie in der Natur mehr oder weniger ausgeliefert ist. Menschen, die versuchen, alle Bestandteile des Alpinismus zu kontrollieren, die waren mir irgendwie immer schon ein bisschen zuwider. Nicht unbedingt verfeindet, ich sehe es nicht als einen Problemfaktor, alles kontrollieren zu wollen. Ich frage mich nur oft, ob diese Menschen eigentlich einen ganzheitlichen Blick darauf haben, was auf der Welt so möglich ist. Vor allen Dingen, was als Mensch so möglich ist. Wenn wir Menschen anfangen, pistenartige Präparierungen vorzunehmen, um auf den Mount Everest zu steigen, dann frage ich mich schon, an, ob diese Menschen eigentlich noch wissen, wie der Berg mal ausgesehen hat. Ganz ohne Leitern, ganz ohne Fixseile. Die Menschen, die diese Fixseile und Leitern dann verwenden und diese Spuren, die wissen gar nicht, wie dieser Berg überhaupt aussieht. Denn so wie sie ihn sehen und so wie sie ihn kennenlernen, so sieht dieser Berg nicht aus, wenn wir Menschen nicht existieren würden. Und die Wildnis mal als das zu betrachten, was sie wäre, wenn wir Menschen nicht wären, das ist ein spannendes Experiment, auf das man sich einlassen kann, aber natürlich keinesfalls. Muss. Es ist ein Gedankenexperiment, aber das Schöne in den Alpen ist, dass es nicht nur ein Gedankenexperiment bleiben muss. Man kann sich auch nur auf die Suche begeben nach Herausforderungen und Touren, die wirklich anspruchsvoll, wirklich spannend, aber auch vielleicht ein wenig gefährlich sind. Ich sage nicht, dass man sich in Lebensgefahr begeben muss. Ich sage nur, dass wir Menschen vielleicht ein wenig vergessen haben, wie sich Wildnis überhaupt anfühlt, wie sich unkontrollierbare Situationen überhaupt anfühlen, und wie wir Menschen eigentlich dann darauf reagieren, wenn diese unkontrollierbaren Situationen oder diese nicht eindeutig sicheren Situationen vor uns stehen, wie wir Menschen dann reagieren, wie wir Menschen uns dann fühlen, ich glaube, wir wissen das gar nicht. Vielleicht ist es auch nicht schlimm, dass wir das nicht wissen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich weiß, dass ich es gerne immer wieder suche, um zu erfahren, wie ich als Mensch eigentlich bin. Denn wenn wir in unserem kontrollierten Rahmen und in unserem Alltag leben, ja, dann fühlt man sich natürlich irgendwie immer sicher. Man kann seine Gefühle und seine Emotionen immer an das anpassen, was die Umstände gerade hergeben. Hat man einen guten Tag an der Arbeit, ja, dann fühlt man sich gut und dann ist man fröhlich. Hat man einen schlechten Tag gehabt, dann fühlt man sich nicht so gut. Aber das alles ist irgendwie abhängig von anderen Menschen, von einem selbst, von der Einstellung. Aber alles, was wir in der Natur empfinden in Situationen, in denen wir wissen, dass es jetzt um alles geht und dass wir jetzt einfach keinen Scheiß bauen sollten. Ja, da sehen wir dann eigentlich, wie wir Menschen wirklich sind. Denn wir Menschen, wir kommen nicht aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnissen. Wir Menschen kommen auch nicht aus irgendwelchen anderen sozialen Abhängigkeiten. Wir Menschen kommen eigentlich immer nur aus der Höhle, aus der wir uns einfach nur herausentwickelt haben. Wir Menschen haben uns zivilisiert und sozialisiert und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber wir haben auf dem Weg vielleicht eines Tages auch irgendwo dann die Wildnis und das Gefühl für die Natur verloren. Das alles muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist eine Feststellung, die ich für mich gemacht habe und die ich persönlich für mich auch irgendwo schade finde. Deshalb möchte ich die Adventszeit dieses Jahr dafür nutzen, mich mehr dem auszusetzen, wovor ich nicht vielleicht unbedingt Angst habe, aber was mich auf jeden Fall wieder spüren lässt, dass ich ein Mensch bin, dass ich verletzlich bin und dass ich nicht immer weiß, ob alles gut geht. Ich glaube, das ist ein wertvoller Teil des Lebens, nicht zu wissen, ob immer alles gut geht. Zumindest für mein Leben. Die Adventszeit ist etwas Besinnliches und wenn wir Menschen ins Aksamalizum schauen und diese tausenden Menschen jeden Tag da oben sehen, wie sie im Gänsemarsch hochgehen, ich persönlich empfinde nichts Besinnliches dabei. Ich persönlich würde es nicht ansatzweise genießen, da hochzustapfen und ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer können mir in diesem Punkt auch zustimmen. Trotzdem bin ich aber weiter auf der Suche nach dem Besinnlichen. Trotzdem möchte ich den Schnee und die damit verbundenen Unsicherheiten und Dynamiken in der Natur irgendwie nutzen und genießen und entdecken können und all das werde ich auch tun, aber ganz sicher nicht im Aksamalizum und ganz sicher auch nicht am Hordel. Jeder Mensch sollte natürlich in seinem Fähigkeitsspektrum bleiben und sich nicht einfach unnötigen Gefahren aussetzen, nur um zu wissen, was es bedeutet, in Gefahr zu sein. Wenn Menschen im Winter auf den Mount Everest zu steigen, ohne eine Ahnung davon zu haben, was sie tun, weil sie einfach nicht verstehen, was für Menschen eigentlich diese Versuche vorher schon gewagt haben, die viel erfahrenere Bergsteiger und Bergsteigerinnen waren. Wenn sie glauben, sie können den fünften Schritt nach dem ersten gehen, weil die drei Schritte dazwischen unnötig sind, weil die einfach nur Zeitverschwendung sind, ja, das alles lässt mich nicht besinnlich zurück. Das alles lässt mich irgendwie verärgert zurück und es ist schon paradox, denn gerade wenn Menschen glauben, sich der Wildnis sinnlos auszusetzen, dann fühlen sie sich meistens sehr frei, aber in Wirklichkeit sind sie nur abhängig wieder, nämlich abhängig vom Glück. Und das ist dieser spannende Spagat, den man vielleicht zu schaffen versuchen sollte. Diesen Spagat zwischen unabhängig vom Glück und gleichzeitig aber auch unabhängig von Pistentouren, unabhängig von Markierungen, unabhängig von Schneesicherheit zu sein. Ich glaube, es ist wichtig und ich glaube, es ist sehr selten geworden, dass man das tatsächlich schafft. Ich glaube, dass es vor allen Dingen dann noch möglich ist, wenn man sich Touren hingibt, von denen man nicht zu 100 Prozent weiß, ob man sie schafft, aber sie gleichzeitig nicht wirklich gut besucht sind und es viele Unsicherheiten und Dynamiken gibt, die vor allen Dingen der Natur überlassen werden und nicht der Wahl der Ausrüstung. Ich glaube, es ist noch viel möglich in den Alpen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich heute als Wort zum Sonntag quasi sagen möchte. Ich glaube, es ist noch viel möglich in den Alpen und es gibt viel zu entdecken und wir müssen uns nicht immer auf die Pistenskitouren am Aksamalizum einlassen, wo tausend Menschen vor und hinter uns gehen und sich über die neuesten Klatsch- und Tratschthemen als Arbeitgebers auslassen. Nein, wir können sicher noch viel mehr aus den Alpen herausholen, auch in der Winterzeit. Wir müssen uns darauf einlassen, wir dürfen nicht zu viel Risiko eingehen, aber wir dürfen uns definitiv auch mal etwas trauen. Das zu sagen ist natürlich gefährlich, denn viele Leute würden mir jetzt vorwerfen, dass es wieder darum geht, dass die Menschen nicht unüberlegt in die Berge gehen sollten, nicht irgendwie wieder dumme Entscheidungen treffen sollen, nicht einfach im Winter auf die Zugspitze steigen sollten, obwohl sie keine Ahnung davon haben, was für Gefahren das mit sich bringt und so weiter. Ja, ich verstehe diese Ansätze schon, aber wir versuchen schon wieder den Menschen ihre Eigenverantwortung zu nehmen, wir versuchen schon wieder den Menschen in dieser Stelle ihre eigenen Entscheidungen abzusprechen und all das ist dann doch wieder genau das, was ich eben in einer Welt, in der man sich selbst nur der Natur aussetzen sollte oder kann, als Möglichkeit eben gerade nicht tun sollten. Kennen wir zurück zur Adventzeit und ich würde sagen, die Adventzeit sollten wir dafür nutzen, uns die Natur wieder ein bisschen näher zu bringen, die Natur wieder ein bisschen besser kennenzulernen und zwar in ihrer ursprünglichen Form und nicht einfach nur über die Skilifte, über Lawinensprengungen, über Skitouren, die eigentlich mehr schon einer Autobahn gleichen, sondern jeder findet für sich selbst jetzt einfach in der Adventzeit einen Weg, wieder mit der Natur in Einklang zu kommen und die Natur so kennenzulernen, wie sie wirklich ist und nicht so, wie wir sie uns selbst über die letzten Jahre dahingestellt haben. Ich glaube, das ist eine schöne Hausaufgabe für die Adventzeit, es zumindest einmal zu schaffen, um in die Berglandschaft zu fahren und sich vorher gut informiert und mit viel Erfahrung und mit dem richtigen Wissen und der richtigen Ausrüstung und der richtigen Technik in die Berge zu begeben zu den entsprechenden Zeitpunkten und mal wieder zu spüren, was es heißt, eben nicht zu wissen, was um die nächste Ecke lauern könnte. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, vor allen Dingen an mich selbst, was ich dieses Jahr in der Adventzeit erreichen möchte, aber vielleicht ist es auch ein kleiner Anreiz für euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventzeit, einen wunderschönen ersten Advent, einen wunderschönen Sonntagabend und wir hören uns spätestens nächste Woche am Sonntag wieder, dann am zweiten Advent und da habe ich dann schon wieder ein ganz neues, spannendes Thema für euch dabei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. zum 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 Vielen Dank.